happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich spiele heute Mech Arena heute ist Montag und ja Dingens kann ich ja leider nicht spielen Wettbewerb geht das sind 23 Stunden los deswegen würde ich sagen ich spiele Konflikt 5 gegen 5 und 2 gegen 2 viel spaß ok die erste Runde geht los Konflikt ich bin Team B starte mit der Artillerie weil hier macht er mit der Artillerie noch am meisten Sinn danach ich weiß nicht wie die Runden aussehen ich weiß was was sortissionen wird was think is auch haha wir sind Oh! Oh! Jol! Es sieht aus, als ob ich verlieren werde. Oh! Was ist das? Was ist das? Ops. Ich sag ja, es sieht aus, dass ich mich verleben werde. Schade, aber man kann ja nicht immer gewinnen. Gut, dann werde ich zur zweiten Runde übergehen. Fünf gegen fünf. Wird bestimmt besser. Bestimmt. Okay, die nächste Runde geht los. Fünf gegen fünf. Die Arena mag ich. Die Arena mag ich. Die Arena mag ich. Und down ist er. Achso, übrigens, im Grad war ich der beste aus meinem Team. Ich hätte ja zu früh weggedrückt. Aber insgesamt war ich nicht der nächste Spieler. Und? Jawohl. Jawohl. Googie. Googie hat mich gekillt. Okay, dann kommt jetzt der hier dran. Der erste ist down. Der zweite ist down. Dritte down. Ach klar. Schwer, googie. dieser Goki ok, was hast du davon? Goki der Goki 13,7. Das ist doch schön. Gehen wir mit dem weiter. Ein bisschen verwirrungsstiftend. Ui. Okay, wieder. Okay. Okay. Gunkie wieder. Ah, der arme Gunkie. Das war doch schön. Ja, jetzt sind wir vom Vorderanfang. Also fahre ich bei den 2 gegen 2 Match mit den Atelierern an. Mit Paragon. Bald ist er fertig, der Paragon. 20 Kills. Oh, nice. Gut, vorher hatte ich noch 4 Kills gehabt. Letzte Runde. Weiter geht's. Nächste Runde. Die letzte Runde. 2 gegen 2. Mit der Artillerie bis vor Anfang. Und schon wieder gleich Runde. Okay, für die Artillerie ist die Runde... Ah, geht das rum. So. Für Artillerie ist die Runde nicht so gut. Gut, dass ich dann so schnell gestorben bin. Okay. 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 Das ist ein Unfall. Okay. 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 Ok, nice. Oh, war er schnell weg da. Ja. Ah! Double KO und der andere war es. Ok, die liegen vorne. Ich denke mal die erste Runde werden die gewinnen. Ja. 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 Ich denke mal, dass wenn sie auch gewinnen würden, leider. Ich denke mal, dass sie auch gewinnen sind. Den habe ich keine Chance. Und den auch nicht. Nee, nee, nee. Zu stark gemächt, die beiden. Schade. Verloren. Ich bin traurig. Ich habe zweimal verloren, einmal gewonnen. Na gut, egal. Es war ja nur just for fun. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Oh, ich war trotzdem der beste Spieler. Ja, ich habe weniger Punkte wie die beiden. Ja, die waren besser. Ich war nur der beste aus meinem Team. Gut, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen. Wenn ihr aber am nächsten Mal seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau.